Warum krähen Hühner eigentlich? Hähne krähen, weil sie krähen ja vor allen Dingen morgens, aber auch tagsüber immer mal wieder. Sie krähen aus dem gleichen Grund, warum auch Singvögel vor allen Dingen im Frühjahr singen. Sie markieren hier einmal ihr Revier oder ihre Hühnerschar und sagen hier, das ist alles meins und wollen damit zusätzlich auch ihre Hühner beeindrucken. Das heißt, sie stecken damit ihr Revier ab, deswegen krähen sie auch vermehrt, wenn andere Hähne auch krähen oder wenn sie andere Hähne hören, weil sie denen dann mitteilen wollen, hey, aber dieses Eckchen hier, das gehört mir und diese Hühner umherum, die gehören auch alle mir. Und wie gesagt, auch die Hühner wollen sie natürlich mit diesem schönen Krähen beeindrucken. Besonders morgens krähen Hähne, um dann zu zeigen, dass sie die Nacht überlebt haben, das machen andere Vögel auch. Denn nachts ist für Vögel ja immer eine kritische Sache, da könnten sie von Beutegreifern erwischt werden oder halt vielleicht, wenn es kalt ist, erfrieren oder sonst irgendwie verenden. Und deswegen wird beim ersten frühen Morgengrauen, noch bevor man Zeit verwenden könnte, um zu fressen, weil es dafür noch zu dunkel ist, kann man aber schon mal anzeigen, dass man auf jeden Fall die Nacht überlebt hat, damit die Rivalen sich gar nicht erst die Hoffnung machen müssen, dass sie das Revier vielleicht übernehmen könnten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.